Das sagen sie alle, oder? Ei, Crimson Dawn war mal am besten. Suchen sie etwas Bestimmtes. Hey, sieh damit in... Hallo. Wenn sie sich von einigen Dingen trennen möchten, hätte ich vielleicht etwas für sie. Äh, das kann ich verkaufen. Das kann ich verkaufen. Das kann verkauft werden. Was haben wir denn hier? Oh Gott. Ja. Das sieht cool aus. Man sieht sich. Wir sehen uns. Unterpasset meiner gesamten Truppe verloren. Er ist die vierte Welt, er hat es dann geschafft. Aber nur fast. Und sehen sie sich um. Okay, wir... Was ist denn hier in der Nähe? Keros Flüsterkneipe. Okay. Wie kommen wir da hin? Äh, wir müssen... Wie lang wird aus? Richtig? Ja. Wir sehen uns hier. so Ah, jetzt können wir... Ach ja, das konnten wir ja nicht hacken beim letzten Mal, ne? Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Einer ist schon mal richtig. Einer ist auch an der falschen Stelle, den packen wir mal da hin. Ah, okay. Und der letzte ist es. Alles klar. Keros Flüsterkneipe. Das scheint alles zu sein. Okay. Und dann kann ich dann einfach raus. Alles klar. So, wir gucken mal auf die Karte. Hier ist doch bestimmt noch irgendwas, ne? Danker, Auftragsbemütlerin. Das ist Grupp da. Imperialer Dude. Abgelehnt. Yonkers Bestand. Ah, das ist der Händler, ne? Wie komme ich denn zu Yonker jetzt? Vielleicht hier durch. Verstanden. Halte Wache. Gute Preise und eine tolle Auswahl. Da ist er. Ach, du hast ja deine Sachen wieder. Wie läuft denn jetzt das Geschäft? Ausgezeichnet. Und das alles habe ich Ihnen zu verdanken. Ja. Sie bekommen bei mir, wie versprochen, einen Sonderrabatt für immer. Ist das Mindeste, mein Beste. Ist das Mindeste. Guten Tag. Brauchen Sie Hilfe? Äh, ich weiß es noch nicht. Komm doch an, was du hast. Gerade brauche ich nichts von dem, aber ich werde vielleicht noch mal... Ich werde vielleicht noch mal wiederkommen, ja. So, dann haben wir hier abgelehnt. Jemand auf dem Markt könnte die Losung kennen. Okay, was haben wir hier noch? Ach, da ist ein Schmied. Was ist das hier? Crimson Dawn. Daras Vorratslager. Ja, jetzt ist natürlich erstmal schlecht. Erstmal nicht so gut. Erstmal nicht so gut bei denen. So, ich gehe mal runter. Alles, was Sie brauchen und mehr. Schicken Sie sich um. Sie haben komische Ansichten. Hey. Krass. Ich komme hier auf den Sack, Alter. Penner. Ich glaube, hier bin ich richtig. Ja, hier bin ich richtig. Nur imperiale Credits. Tun Sie das unbedingt für das Imperium. Ach ja. Klar. Immer. Tun Sie das unbedingt. Kämpfen Sie unbedingt für das Imperium. Das Imperium ist genau das, was wir brauchen. Ich würde jetzt tatsächlich erstmal hier hingehen. Denn da gibt es eine Wand, die wir kaputt machen können. Gut festhalten. Ich werde mal kurz am Handy switchen. Ich wünsche mich jetzt ins Werte von folgenden Stream noch so lange, wie ich nachher mal einen Bericht schreibe. Alles klar, Vasilix. Mach das. Also, N-D5. Kann losgehen. Gut. Gut. Und ich wusste, ich wusste gerade nicht mehr, wie ich aufstehe. Aber das ist gar nicht der Ort, wo ich eigentlich hinwollte. Nur mal so. Ich wollte da hin. Hier wollte ich runter. Ich werde auch gleich da hinfahren, aber ich wollte noch hier runter. Alles klar. Jetzt können wir die Mission abschließen. Jetzt passt das. Und das war das, was ich die ganze Zeit im Kopf hatte, was immer noch da war. Und es hat mich ein bisschen gestört. Äh. Warte mal. Die Tasche ist in einer Kirche. Warte mal, ich bin gerade verwirrt. Wo ist die? Ah, okay. Das ist die. Verstehe. 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 Ich verstehe aber, warte mal jetzt. Ich verstehe aber immer noch nicht, wo ich es hinbringen soll. Zum Banditenverstech. Aber wo ist denn das für Banditenverstech? Südliche Wasserfälle. Da. Wir nehmen da hin. das fliegt doch keiner mag mich mehr da bin ich auch voll blockiert der sack könnte leicht verdientes geld sein weg würde ich sagen da habe ich gar nicht gesehen es ist es Was ist denn los? Verstehst du? Halt dich fest, Niff! Halt dich fest, Niff! Halt dich fest, Niff! Halt dich fest, Niff! ostnych Verstehst du? Die Piano rumläнуnt È primo Ja, Alice! Es gibt nicht nur die JubilägerРЕ In trois Hände. Das war ein Einzelminimum. das war das schwede würden sie dann ist echt angepisst uiuiui Also schön ruhig, Kumpel. Ich bestätige, ich will lieber wieder mit Crimson Dawn wieder ins Reine gehen. Woher weiß man, ob man sich für das richtige Syndikat entschieden hat? Ah, sie greift mich nicht mehr an. Das ist die Unterwelt. Wenn es was zu erledigen gibt, ist jeder Groll vergessen. Gut. Ja, das dachte ich mir. So. Deine Arbeit ist zufriedenstellend. Wie versprochen übermittle ich die Kredits? Das sollte Crimson Dawn zufriedenstellen. Besser ist. Ja, sie ist sehr. Die sind launisch und haben bestimmt ein Auge auf dich. Vermutlich, ne? Vermutlich. Aber wir haben ja noch was von denen. Und zwar... Roten Kreditsstil. Wo soll ich hin? Warte, was? Nicht wieder da oben hin, ne? Boah, da waren wir schon mal, ne? Eieieieiei. Da waren wir schon mal, da waren wir schon mal. Na egal. Ich vergesse mal, dass ich das falsche drücke. Ich hätte... Die weiden auch. Die weiden auch. Hier, die wir schon mal hin. Oh ja. Ach ja, so ist das. Der hat übrigens Hände aus Stahl. Okay, die Dame mit den Händen aus Stahl. Ja, aber hier würde ich auch an die Hutten auf jeden Fall geben. Besser ist. Die sind auch nicht so nett. Hier kam ich doch irgendwo hoch. Da. Eigentlich. Ah. Wenn ich auch einfach so gegen rennen. Egal. Nicht drüber nachdenken. Also muss ich da rein. Na, das war ja klar. Das Vieh hat auch nichts. Der Wind macht Kopfschmerzen. Was geht? Tobe dich aus, nix. Ich habe gehört, dass es noch eine Inspektion gibt. Ach ja, das war knapp. Das war knapp. Ich muss da rein. Okay. Okay. Ich muss da rein. Da war ich schon mal. Ich habe mich nicht gesehen. Auf Computer zugreifen. Hacken. Wir hacken das Ding jetzt. Der Einer ist richtig. Bleib bei einem. Einer ist auf der falschen Stelle. Immer noch auf der falschen Stelle. Okay. Aber jetzt. Ich erinnere mich. Hier ist ja noch dieser Flugdroide. Dieser. Echt, der Junge. Mach das Terminal kaputt, nix. Mach das Terminal kaputt, nix. Die Einheimischen sollten uns mehr Respekt zollen. Echt, der Junge. Wie schön. Geh mal ran da. Geh mal ran da. Wie schön. er geht aber nicht hier hoch ist gut besorben blinder hund wenn du das auch so glaube ich die dort waren so wir warten auf den hauen den um dann machen wir das terminal platt und dann kommen wir schon gleich in die base rein alles klar packt auf die rolle Äh? Braust du dich? Habe ich schon erledigt nix. Ach ja. Eieieiei, er sollte eigentlich den angreifen, sehr gut. Na, mach mal auf die Tür. Ist auch alles wieder da hier, das ist doch schön. Kann ich den aufheben? Ne. Sehen wir uns um. Ich hab das Gefühl, da kommt Ärger auf uns zu. Nein, nein. Ist alles gut. Ach guck mal, es interessiert ihn auch gar nicht, dass ich seine Leute hier grad umgeklatscht hab. Alles klar. Das hier machen wir mal aus. Oh nix. Oh nix. Oh nix. Oh nix. Tres. Untertitelung des ZDF, 2020